We are fighting a war against Russia. Frau Baerböck, wer ermächtigt Sie eigentlich, zu sagen, wir sind mit Russland im Krieg? Sie können das für sich vielleicht sagen, aber Sie haben nicht das Recht für mich oder für viele andere zu sprechen. Was bilden Sie sich eigentlich ein, da den Maul aufzumachen und solche Worte von sich zu geben? Meine Einstellung zum Krieg ist, es gibt nur Verlierer. Und diese Bundesregierung entscheidet etwas, das eine ganz große Konsequenz haben kann. Ihr wisst nicht, was passiert, das weiß ich auch nicht. Ich weiß bloß, was ich höre, dass dort auch unter einem Atomwaffeneinsatz gedroht wird. Genau diese Entscheidungen sind es, die normalerweise die Bürger entscheiden müssen. Denn wir sind die, die die Opfer tragen. Es ist unfassbar, was ihr euch anmaßt und einbildet. Und ich kann nur immer wieder appellieren an einen Präsident Putin, an einen Präsident Zelensky. Setzt euch zusammen an einen Tisch und redet. Schafft Frieden.